ja es ist inzwischen mittag oder kurz nachmittag am 11 januar nach der city hall war ich noch bei freddy und dann zum essen am jomtien beach und hier tut sich wieder mal etwas und schwer zu erkennen es ist ein surfziegel und hier ist schon mal wieder etwas aufgebaut nämlich der nächste wettkampf steht bevor hier nächste sport event hier am champion beach und zwar geht es vielleicht mal für diejenigen immer gerne ladies sehen am beach ja es gibt hier thailand windsurfing championships am wochenende und partia international windsurfing cup und zwar beginnen morgen am 12 januar bis sonntag 15 januar hier am jomtien beach im prinzip gegenüber vom surf kitchen das bekannte restaurant hier jedermann kennt diesen kleinen event platz hier ist es nicht der große also am night marken sondern weiter vor richtung tap raya road relativ diesig heute und sehr schwül es soll auch heute noch ein bisschen regnen also werden noch nichts fürs wochenende geplant hat hier am champion beach gibt es action sag ich mal nicht ganz so wild natürlich wie beim jetski bisschen ruhiger aber immerhin oder wer samstag wie heute morgen schon angekündigt zur city hall will kann sich dort beim children's day ein bisschen umschauen und dort mit seinen kids hingehen und soll das fest feiern also bis dann tschau tschau allerseits